Das ist kein Mann. Das ist ein Roboter. Dein Traumpartner ist ja schon für dich gebaut. Das ist etwas, wovon 93% der deutschen Frauen träumen. Dann kommst du vielleicht selber drauf, zu welcher Gruppe ich gehöre. Das ist ja gerade auch sprechen, oder? Tom ist ein freundlicher Roboter. Sag mal, hat er mich jetzt gerade verarscht? War einfach so naheliegend. War einfach so naheliegend.